Die Plenarsitzung vom Jänner wurde durch die Vereidigung von Paula Bacher eröffnet, welche die Zurücktretende Jasmin Ladurna ersetzt. Bacher wurde 1954 in Brixen geboren und ist Lehrerin. Sie war Stadträtin, Gemeinderätin und Mitglied im Ausschuss der Bezirksgemeinschaft Eisacktal. Landtagspräsidentin Rita Matej hat an Landeshauptmann Arno Kompatscher und Gesundheitslandesrat Thomas Wiedmann das Wort erteilt, welche die Entwicklung der Covid-Pandemie erörtert haben. Dank der hohen Anzahl an Geimpften konnten neue Schließungen vermieden und die Hospitalisierungsrate gering gehalten werden. Der Druck auf die sanitären Einrichtungen bleibt aber hoch. Derzeit wird auch über die Verkürzung der Quarantänezeiten diskutiert. Die Landtagsabgeordneten haben vor allem Aufmerksamkeit für Kinder und Jugendliche gefordert und Regelungen, die für alle verständlich sind. Von den Anträgen der Opposition wurden zwei Initiativen von Fratelli d'Italia und der Demokratischen Partei Bürgerlisten zum Ausbau der medizinischen Grundversorgung und einer verstärkten Rekrutierung von Hausärzten genehmigt. Angenommen wurden auch die Anträge von Team K. zum Ausbau der Gymnasien mit Schwerpunkt Musik und für eine bessere Talente- und Begabtenförderung für Kinder und Jugendliche in diesem Bereich. Der Grünen für ein Forschungsprojekt, welches die Ursache für die beträchtlichen Mengen an Plastikmüll in der Edge und in den Seitenbächen untersuchen soll und der Freiheitlichen zur Erhebung von Sprachgebrauch und Vermittlung in Südtirol. Was die Mehrheit betrifft, so wurden die zwei Anträge der SVP angenommen. Zum einen soll der Kurs der Steuerentlastung durch die Nutzung der Spielräume bei der laufenden Haushaltsumgestaltung und bei den staatlichen Reformen beibehalten werden. Zum anderen ein Solidaritätsfonds für Kulturschaffende angedacht werden, die stark unter der Pandemie gelitten haben.